Moje Leute, heute gehen ich auf Oberhausen. No one cares. Bis gleich. Moje Leute, ich stehe nur an einem Shoppingcenter hier in Oberhausen. Dieses Shoppingcenter ist gigantisch. Wirklich. Ich kann euch auf die Szene zeigen, die ich heute gefilmt habe. Wie gesagt, diese Shoppingcenter ist gigantisch. Wird das immens gut. Perfekt. Leid. Für immer steht ihr Riesenrad. Ich muss aber zurückgehen, dass Oberhausen schon einen kleinen Platz ist. Wird das gut. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt in ein ganz viel Restaurant. Ich war wieder an einem gigantischen Shoppingcenter. Genau. Und... Ich habe einen Riesenrad. Perfekt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist perfekt. Ein... Sekund... ... 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 Ich war in einem richtig guten Restaurant und ich bin dort ein sehr guter Pizza-Nutella-Giess. Pizza-Nutella war wirklich sehr gut. Ich suche mal einen guten Appetit. Meine Leute, das war wirklich schön, oder? Wow. Nein, ich sehe noch ein Riesenrad. Das war einfach flott. Wow. Ein Giraffe? Interessant. Ich habe gerade Pizza-Nutella-Giess. Das war immens gut. Das war wirklich lecker. Ja. Mann. Das war die erste Gäste in meinem Leben, dass ich Pizza-Nutella-Giess. Und das Problem war schon immer, dass ich nicht alles Giess. Du weinst von der Stadt. Ja. Und Borte. Genau. Für das Matze wollen. Ja. Ich gehe jetzt schon mal in das Shopping-Center. Ich muss aber zurückgehen, dass in der Teil des Oberhauses immens viele interessante Geschäfte gibt. Zum Beispiel. Arribour. Das oben ist verteidigt. Ah. Viel Arribour. Ja. Ich meine zu viel. Was aber nicht gut für die Gesundheit ist. Boah. Gar. Tomaten ist gut nicht gerechnet. Wow. Ich freue mich immens viel Haribour gieß. Ganz viel. Aber ich lebe hier nicht mehr. Also nicht gut für die Gesundheit. EIN. SECOND. MEI. SPÄT. Moje Leute. Ich steh nur zu Oberhausen. Weil ich heute Abend auf ein Konzert von einer japanischen Band ging. Ich freue mich immens darauf. Ich denke, dass heute Abend einen unvergießerlichen Oven gibt. Das geht immens gut. Ich weiß nicht, ich bröste die Note. So. Das ist die Note. Ich will nicht alles weißen, weil ich mich noch immer ein bisschen dabei unwohl viele mit der Kamera zu schwätzen. Ich sehe ganz ehrlich, Matthias. Ich habe gar keine Ahnung, was heute nur mit mir erwartet. Mit Angst als ich. Ich freue mich immens auf die Konzert. Ich denke, dass diese Oven immens cool wird. Ich sehe sehr gemerkt, dass hier in diesem Hotel immens viel Leid ging, die auch auf den selben Konzert ging. Ich fand das immens cool. Ja. Ich habe das noch nicht so gut. Hier drüben waren wir da gut. Aber es war leider schlecht. Ich weiß nicht. Ja. Ich gebe meinen Sohn. Das hat mir alles noch zurückgezogen. Bis gleich. Bis gleich. Sekund. Mehr. Spät. Meine Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe schon gut gemerkt, dass die Band, also am Dösen vorbei. Warte mal. Genau. Dass die Band am Dösen vorbei spielen gab. Das hat mich nicht so gut gemacht. Das war's. Aber es geht für alles immer in der Ecke. Gut. Du hast leider ein Nordeel. Hier ist ein immens grosses Schlag. Hier ist ein immens viel Menschen. Die Europäische Konzert gehen. Das ist schlecht. Das ist immens schlecht. Ich kann noch einmal nicht sagen. Ist das englisch so weit? Ist das englisch so weit? Das ist einfach nicht mehr cool. Wow. Ich freue mich immens. Die Europäische. Ich hoffe mal, dass ihr mich gut hört. Eine wichtige Sache, die euch nicht unbedingt besuchen wollt. Ich hoffe mal, dass ihr den Kurs sehr aufhängt. Es ist immens wichtig. Euren Stöpsel zu benutzen. Für Dauern zu beschützen. Das ist immens wichtig. Okay? Das ist wirklich wichtig. Meine Leute. Ich habe nicht alles gefilmt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. die Szenen, die ich hierher gefilmt habe. Der Kurs war immens gut. Ich fand der Kurs sind immens flott. und ja ich will es nur so dass es wirklich ein unvergesserlöscher und war genau vielmals merci dass dir mein vlog geguckt hat mir gesehen als demnächst adi